Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Sie dürfen uns nicht finden. Ihr müsst nicht mitkommen. Aber ich weiß, wir können es schaffen. Komm schon, hier nah. Ist lange keiner mehr durch die Brandwüste gekommen. Weg hier! Los! Schnell, schnell! So viele wurden zurückgelassen. Ich will nicht auch so enden. Hallo Thomas. Du kennst mich? Unsere Freunde sind gestorben, damit wir so weit kommen konnten. Deshalb dürfen wir nicht aufgeben. Es geht um alle, die Wicked umgebracht hat. Sie werden nie aufhören. Darum muss ich sie aufhalten. Willst du nicht wissen, warum das alles passiert ist? Raus hier! Du bist der Wahrheit schon so nah. Brenner! Festhalten! Wir müssen nicht überleben in der Brandwüste. Nein! Das liegt! Was? Das ist, was wir spielen. Also können wir an in order forissen die Christen.